Samstag, der 6. Juni 2020. Es ist 19.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Schönen guten Abend und willkommen. 19.25 Uhr am Samstag. Hier ist die Ziehung der Lottozahlen wie immer live aus Saarbrücken. Und der Jackpot, der ist raus. Er musste uns ja am vergangenen Mittwoch verlassen. Somit beginnt heute alles wieder von vorn. Aber auch mit 2 Millionen kann man glücklich sein. Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Wir können loslegen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück. Ja, zwölfmal in Folge hatte ja kein Spieler einen Super-Sechser auf dem Schein. Somit musste ja am Mittwoch bei der 13. Ziehung der Jackpot raus. So sind die Regeln. Und 28 Millionen Euro waren ja drin. Und ein Spieler aus Thüringen, der hatte sogar doppeltes Glück. Hier erstmal Lottozahl Nummer 1, die 16. Nachdem ja nun auch am Mittwoch kein Spieler bei der 13. Ziehung den Super-Sechser hatte, rutschte ja der Jackpot mit 28 Millionen. Eine Gewinnklasse tiefer, also ein Gewinnklasse 2. Es reichte somit der einfache Sechser für den großen Millionengewinn. Mit der 21 geht's weiter. Oder der Thüringer, ja der Einzige war mit dem Sechser auf dem Schein, muss er natürlich nicht teilen. Und bekommt sogar noch den ganzen Gewinn der Gewinnklasse 2 obendrauf. Hat sich also doppelt gelohnt. Die nächste ist die 25. In Summe sind das also für den einfachen Sechser ohne Superzahl knapp 32,5 Millionen Euro. Also das hat sich richtig gelohnt. Und es war auch in der Geschichte von Lotto Thüringen der höchste Gewinn seither. Weiter geht's mit der 49. Und nicht nur bei Lotto Thüringen war das der höchste Gewinn, sondern auch der höchste Gewinn 2020 hier bei uns bei 6 aus 49. Denn im Januar ist der Gewinn ein bisschen kleiner ausgefallen mit dem großen Jackpot. Aber wir müssen sagen, bisher, wir haben ja noch einige Monate vor uns. Die nächste ist die 40. Und man kann sich natürlich auch über kleinere Gewinne freuen. So wie sicherlich drei Spieler aus Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Jeder bekommt 100.000 Euro dank Super 6. Glückwunsch. Und hier ist die letzte für heute, die 18. Das sind sie, die sechs Glückskugeln am heutigen Samstag. Fehlt an dieser Stelle wie immer noch die Ziehung der Superzahlen, das machen wir natürlich jetzt sofort. Ich drücke nochmals die Daumen Ihnen ein. Viel Glück. Ja, zwei Millionen, die heute bei uns für die sechs Richtigen mit der passenden Superzahl warten. Ich habe es ja schon gesagt eingangs, auch damit kann man natürlich glücklich sein. Es müssen nicht immer über 30 Millionen sein. Mir würden zwei reichen. Die 1 ist die heutige Superzahl. Jetzt gucken wir uns natürlich nochmals alle Gewinnzahlen an. Hier in der Zusammenfassung. Die Lottozahlen 16, 18, 21, 25, 40, 49 und die Superzahl 1. Jetzt fehlen noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden bereits hier mal im Vorfeld zur Live-Züge ermittelt. Spiel 77 liegt heute schon vor. Am Mittwoch kam das ja alles ein bisschen spät. Wird ja hier nicht bei uns gezogen. Viele, die sich vielleicht gewundert haben. Deswegen müssen wir warten, dass die Zahlen hier ankommen. Und manchmal klappt es halt nicht. So, da ist sie. 5, 9, 5, 1, 5, 7, 8. Und jetzt noch die Gewinnzahl von Super 6. Die wird hier bei uns im Studio gezogen. Also die ist immer da. 2, 2, 5, 0, 8, 5. Und alle Gewinnzahlen finden Sie wie gewohnt natürlich nochmals auf Lotto.de. Heute natürlich auch die der Glücksspirale. Das war es schon wieder. Das war Lotto am Samstag. Am kommenden Mittwoch um 18.25 Uhr lasse ich dann Deutschlands berühmteste Kugel wieder für Sie rollen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Samstagabend. Tschüss, machen Sie es gut. Ich hoffe, Sie sind mit dabei.